Achtung, die illegalen Migranten befinden sich auf dem Weg in die EU. Nun muss es heißen, no way für Fremde, Grenzbalken runter und Sicherheit rauf. Während Schwarz-Grün versagt und nur beobachtet, fordert Herbert Kickl ein Grenzübertrittsverhinderungspaket. Das bedeutet, eine temporäre Aussetzung des Asylrechts in Österreich, keinen Asylantrag auf österreichischem Boden, garantierte Rückführungen von illegalen Migranten, Einrichtung von und Sicherheitszonen in den betroffenen Regionen, Schaffung von interkontinentalen Fluchtalternativen, eine No-Way-Info-Kampagne, damit Fremde und Schlepper nicht in Versuchung kommen, echte Grenzschutzübungen, bauliche Maßnahmen unmittelbar an der Grenze und selbstverständlich strikte Grenzkontrollen mit der Devise grenzedicht für illegale Migranten. So funktioniert freiheitliche Migrations- und Zumanderungspolitik. So funktioniert echter Grenzschutz.